Herzlich willkommen zum heutigen gemeinsamen Abend zu den Exerzitien im Corona-Alltag. Schön, dass wir wieder gemeinsam da sind und diesen Weg, den wir schon vor ein paar Wochen begonnen, wieder gemeinsam fortsetzen. Den Text zum Mitbeten findet ihr wieder unterhalb und da werden später dann auch die Fragen eingefügt nach dem Livestream. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es immer wieder so, dass ich Zeit brauche, Zeit zum Verarbeiten. Einerseits von den Ereignissen in der Corona-Krise, aber andererseits auch von den Osterereignissen, wo auch immer noch die Karwoche und die Passionsgeschichte nachheilt. Und so haben wir auch schon einige Blickwinkel gehört. Wir haben den Blickwinkel von Pilatus in der Karwoche gehört. Wir haben von den Emmasjüngern gehört, wie es denen ergangen ist. Wir haben von Thomas gehört, vom Johannes. Und heute haben wir das erste Mal die Perspektive von einer Frau, und zwar von der Maria Magdalena. Lasst uns gemeinsam beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 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 Die war munt, grün und still. Keine Sache, was noch von uns Menschen will. Wir denken auch, wir könnten uns ereignet, all am sein. Wir werden uns von uns selbst gefreut. So, Gott, den Leben lang, nicht meine Tote. Der Feinigsteig, das gab es dir. So, Gott, den Leben lang, nicht den Toten. Er ist verstanden, er ist erhört. Wie oft in der Kirche Jesus sind uns Menschen zu verstehen. Wankern, die nicht in unserem Leben sehen. Wie oft straffen wir Christen, war lange Beine ein. Wir werden uns aus dem Tod gefreut. So, Gott, den Leben lang, nicht meine Tote. Der Scheinigsteig, das gab es dir. So, Gott, den Leben lang, nicht den Toten. Er ist verstanden, er ist erhört. Wie oft in der Kirche Jesus sind wir gerne noch mit uns am Grab. So, Gott, den Leben lang, nicht den Toten. Er ist verstanden, er ist erhört. Hallo, mein Name ist Maria und ich komme aus Magdala, am See von Genesaretz. Deshalb nennen mich die Leute auch Maria aus Magdala oder Maria Magdalena. Es gibt nämlich viele Marias in meinem Umfeld. Die meisten von ihnen werden über einen männlichen Verwandten erkannt, aber ich habe keinen so einen Verwandten. Mir gefallen die vielen Bedeutungen von meinem Namen. Er bedeutet die Schöne, die Bittere oder die von Gott Geliebte. Wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, dann treffen vielleicht ein paar von diesen Bedeutungen auch auf mich zu. In meiner Jugend, da hatte ich es nicht leicht. Ich weiß eigentlich nicht, was manchmal mit mir los war. Manchmal muss ich so eine Art Anfälle gehabt haben, an die ich mich aber nicht erinnern kann. Die Leute haben immer Abstand von mir gehalten und mir Dinge nachgerufen und gesagt, ich bin von Dämonen besessen. Ich wollte nicht so sein, aber ich konnte nichts tun. Es half nichts. Eines Tages, da ist ein Mann zu uns gekommen in unser Dorf. Sein Name war Jesus. Er ist ein paar Tage bei uns geblieben und hat gepredigt. Meistens haben ihm Männer zugehört, aber auch Frauen. Ich habe das aus der Ferne beobachtet, weil ich mich nicht herangetraut habe. Weil ich Angst hatte, dass die Leute mich bemerken könnten und gehen könnten und er dann aufhört zu predigen. Einmal hat er mich bemerkt. Er ist zu mir gekommen und hat mich berührt. In diesem Moment habe ich gespürt, dass sich in mir was verändert hat. Aber richtig formulieren, was es war, das konnte ich eigentlich erst am nächsten Tag. Die Leute haben nämlich aufgehört, einen zu großen Wogen, um mich zu machen. Und die Anfälle haben auch aufgehört. Dieser Jesus hat mich geheilt. Das hat meine Neugier geweckt. Als Jesus aufbrechen wollte und weiterziehen, da wollte ich mit ihm mitgehen. Ich wollte es auch anderen Menschen ermöglichen, dass sie seine Predigen hören und geheilt werden. Und so ist es auch gekommen. Ich habe dann die Menschen kennengelernt, die mit Jesus mitziehen. Er nennt sie seine Jünger. Viele Leute glauben, dass das nur Männer sind. Es stimmt, dass die engsten Freunde von Jesus Männer waren. Die hat er die Zwölf Apostel genannt. Sie sind schon von Anfang an dabei gewesen und seine engsten Freunde. Aber alles in allem sind es weit mehr als zwölf Menschen, die ihm folgen. Und es sind auch viele Frauen dabei. Und einige von ihnen heißen Maria. Wie ich. All das, was dann passiert ist, das kann ich noch gar nicht wirklich begreifen. Ich glaube, mittlerweile ist aber genug Zeit vergangen, dass ich euch davon erzählen kann. Jesus hat es nach Jerusalem gezogen. Er wollte zum Tempel. Dort war es ziemlich gefährlich. Weil immer mehr Leute seine Hinrichtung forderten. Er hat Gott seinen Vater genannt. Und er hat sich auch als König bezeichnet. Und ein neues Reich Gottes verkündet. Damit hat er sich in Gefahr gebracht. Ich habe das damals nicht verstanden. Trotzdem stand für mich fest. Ich wollte mit ihm gehen. Ich wollte bei ihm bleiben. Was sollte ich auch sonst tun? Die anderen Jüngerinnen und Jünger sind zu meiner Familie geworden. Eine andere Familie hatte ich nicht mehr. Und so ist es auch allen anderen von uns gegangen. Und dann sind unsere Befürchtungen wahr geworden. An einem Abend, wo wir gemeinsam gegessen haben, wurde Jesus festgenommen und zum Verhör gebracht. Einer der zwölf hat ihn verraten. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Die meisten von uns sind geflohen. Ich habe aber beschlossen, dass ich bei Jesus bleiben will und ihm folgen möchte. Ein paar Frauen sind mit mir mitgekommen. Wir haben das ganze Geschehen beobachtet. Meistens aus der Ferne, weil wir Angst vor den Soldaten hatten. Ein schwieriger Moment war die Kreuzigung. Ich habe mich so ohnmächtig gefühlt. Maria, die Mutter von Jesus und ihre Schwester, die auch Maria heißt, und ich wollten Jesus aber nicht alleine lassen. Wir sind dort ausgeharrt. Ich habe viel geweint und die ganze Zeit gebetet. Wahrscheinlich ist da die Bedeutung des Namens Maria, die Bittere, auf uns alle drei zugetroffen. Jesus ist am Nachmittag gestorben. Josef aus Arimathea, der Jesus heimlich nachgefolgt ist, hat ihn bestattet. Wir Frauen sind mitgekommen. Nachdem sie den riesigen Stein vor das Grab gerollt haben, sind wir noch eine Weile dort geblieben. Aber es ist uns dann nichts anderes übrig geblieben, als auch heimzugehen. Ich habe fast kein Auge zugemacht, weil ich so viel geweint habe. Bevor es hell geworden ist, habe ich beschlossen, dass ich wieder zum Grab gehen muss. Ich wollte in der Nähe von Jesus sein. Aber ich habe auch gewusst, dass es gefährlich ist, für eine Frau alleine im Dunkeln unterwegs zu sein. Als ich am Grab angekommen bin, da war der Stein weg. Wo war Jesus? Wo haben sie ihn hingelegt? Ich war traurig und verwirrt und verzweifelt. Und da habe ich wieder geweint. Ich wollte Jesus doch nur die letzte Ehre erweisen. Plötzlich habe ich gemerkt, dass da wer im Grab ist. Ich habe mir die Tränen ein bisschen weggewischt und habe gesehen, dass es zwei Menschen waren. An jedem Ende von der Liege saß einer. Und sie haben mich gefragt, warum ich weine. Ich habe ihnen gesagt, dass sie meinen Herrn weggenommen haben und dass ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Da habe ich etwas hinter mir gehört und habe mich umgedreht. Da stand der Gärtner vor mir. Er hat mich auch gefragt, warum ich weine und nach wem ich suche. Da wusste ich, ich kann ihn fragen, wo sie Jesus hingelegt haben. Er müsste es doch wissen. Dann kann ich ihn zurückbringen. Das hätte ich schon irgendwie geschafft. Da bin ich ihm ein bisschen aus dem Weg gegangen, damit er sich selbst davon überzeugen kann, dass das Grab leer war. Plötzlich höre ich eine Stimme. Er hat Maria zu mir gesagt. Und in dem Moment wusste ich, es war Jesus. Ich habe mich wieder zu ihm umgedreht und Rabboni, also mein Meister, gesagt. Und mich vor ihm niedergeworfen. Ich wollte seine Füße umarmen und küssen. Aber Jesus hat zu mir gesagt, ich soll ihn nicht festhalten, also nicht berühren. Da habe ich gemerkt, dass an Jesus jetzt etwas anders war. Er hat mich dann losgeschickt. Ich sollte als erstes zu den anderen Jüngern gehen und ihnen erzählen, was passiert war. Das habe ich gemacht. Ich habe ihnen erzählt, dass ich Jesus begegnet bin. Manche Jünger sind Jesus auch begegnet. Immer mehr Leute haben erzählt, dass sie Jesus gesehen haben. Langsam habe ich es auch wirklich glauben können. Er ist auferstanden. Er lebt. Ich bin ihm, meinem Meister, begegnet. Das hat eine tiefe, innere Freude in mir ausgelöst. Die Trauer ist nicht weg, aber sie fühlt sich wie verwandelt an. Ich werde mich immer an diese Ereignisse erinnern können. Ich glaube, die Begegnungen mit dem Auferstandenen haben uns nach Galiläa aufbrechen lassen. Wir wollten den Menschen von Jesus erzählen und ihnen erzählen, was wir mit ihm erlebt haben, dass wir ihm begegnet sind. Und wir wollten Menschen heilen, so wie Jesus es getan hat. Und wir wollen uns nach Galiläa aufbrechen. und wir wollten uns nach Galiläa aufbrechen. Wir könnten auch nichten, aber sie soit erweigates. Untertitelung. BR 2018 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 Ihr seht da vor euch ganz viele Schafe und der Hirte von den Schafen ist der auferstandene Jesus. Die Schafe hören auf die Stimme von dem Hirten. Das haben wir am Sonntag im Evangelium gehört. Und auch Maria Magdalena hat Jesus an seiner Stimme erkannt. Ihr seht sie am linken Rand vom Bild, wie sie vor Jesus kniet und auf das leere Grab weist. Und sie ist schwarz angezogen, was die Trauer zum Ausdruck bringt. Die Trauer von Maria Magdalena hat sich dann verwandelt in Freude. Und das hat in ihr auch diesen Aufbruch bewegt, dass sie losgezogen ist, um ihre Freude anderen Leuten zu verkünden. Davon handelt auch das Lied, was wir jetzt gemeinsam singen. Die Trauer von Maria Magdalena hat sich dann verwandelt in Freude. Und das hat in ihr auch diesen Aufbruch bewegt. Die Trauer von Maria Magdalena hat sich dann verwandelt in Freude. Und das hat in ihr auch diesen Aufbruch bewegt. Die Trauer von Maria Magdalena hat sich dann verwandelt in Freude. Und das hat in ihr auch diesen Aufbruch bewegt. Und das hat in ihr auch diesen Aufbruch bewegt. Und das hat in ihr auch diesen Aufbruch bewegt. Heilige Liebe, Liebe, es tut, denn du stehst auf, du bist Freude und Mut. Es wird Todes, noch so, wenn ich leh, denn neben mir gibst du ein neues Gesicht. In deinen Nachhinein den Körper zerbricht, denn wenn du stehst auf, du bist neben und leh. Es gibt jetzt wieder die Möglichkeit zur persönlichen Reflexion. Es gibt wieder sieben Fragen, die dann später auch euch durch die Woche begleiten können. Maria Magdalena ist von Jesus geheilt worden. Es heißt, dass Jesus aus ihr sieben Dämonen ausgetrieben hat. Da können wir uns fragen, wo habe ich Heilung erlebt und hat sich mein Leben dadurch verändert? Wo habe ich Heilung erlebt, hat sich mein Leben dadurch verändert? Wo habe ich Heilung erlebt, hat sich mein Leben dadurch verändert. Gewehr joy und Gemüse Scharmel Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Maria ist unterm Kreuz ausgeharrt und sie hat uns erzählt, dass sie sich ohnmächtig gefühlt hat. Die nächste Frage, die uns begleiten kann, ist, wo bin ich berufen, in Ohnmacht treu auszuhalten? Wo bin ich berufen, in Ohnmacht treu auszuhalten? Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. 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 Wir haben, Vielen Dank. 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 Über welche Ereignisse kann ich nicht schweigen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Maria Magdalena, wie lange hast du wohl geplagt von Mächten, die du nicht in den Griff bekommen hast? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nichts war uns sonst. Nichts ist verheblich. Wir haben gebetet, dass Maria zur Botin für alle geworden ist. Sie hat nicht geschwiegen. Und vielleicht können auch wir nicht schweigen, wenn wir etwas, was uns erfüllt, anderen erzählen. Und davon handelt auch das Letzte. Wir haben gebetet, dass Maria zur Botin für alle geworden ist. Wir haben gebetet, dass Maria zur Botin für alle geworden ist. Wir können nicht schweigen über das, was wir jetzt hier und gehört haben. Wir können nicht schweigen, denn du bist auch erstanden. Untertitelung. BR 2018 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 Guter Gott, wir wollen um den Mut beten und um die Kraft beten, dass wir das, was uns erfüllt, anderen Menschen weitererzählen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schön, dass ihr an diesem Abend wieder mit uns dabei in der Kapelle wart. Vielleicht können euch die Fragen in dieser Woche ein bisschen beschäftigen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei den Exerzitien im Corona-Alltag. Oder auch morgen gibt es einen Livestream von uns. Schön, dass ihr wieder da wart. Und bis bald.